Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Ja, ich habe jetzt mal geschaut bei den Missionen. Wir haben ja auch noch Missionen zur Auswahl hier. Da habe ich eine Mission bekommen. Die Mission verstehe ich nicht. Keine Ahnung, die haben wir schon. Schön, sie dabei zu haben. Wie sie sich vorstelle... Oh, fuck it. Übe so, wie du kämpfst. Wenn der Moment da ist, gibt es keine offenen Fragen. Machen wir das nochmal. Okay, wir sollen jetzt noch ein Entmondosaurus ausbrüten. Sie müssen für mich ein paar Dinos ausbrüten, schlüpfen lassen, sie unterbringen und sicherstellen, dass die ACU auf der Insel präsent ist. Das ist die erste Projektphase. Legen Sie los. Ich habe mir leider... Ich muss diesem Lambert recht geben. Er sieht diese Tiere als Gelegenheit an, aber auch als Bedrohung. Das Nullgehen ist hier noch drin, Lebenserwartung. Die Mundreaktion, Stärke des Herzens. Das Nullgehen ist hier noch drin, Lebenserwartung. Dann prüfen wir nochmal ein Entmondo aus. Da haben wir die Mission nämlich auch geschafft. Und wir sollen jetzt einen Keratosaurus beim Jagen fotografieren. Das Ding ist Jagen. Das heißt, wir brauchen hier lebend Futterstationen. Wo machen wir das denn hier? Machen wir das mal hier hin. Dann müssen wir jetzt aber ganz schnell hinfahren, ne? Ähm, wo ist denn das Ranger-Team hier? Nein, falsches Ding. Ranger-Station. Ranger-Team. Kann man das auch als Aufgabe? Nee, ne? Nein, alter. Ranger-Team. Fahrzeuggelenken. Oh, okay. Ich bin jetzt hier. Geht weg. Nee, nee, nee. Oh. Wie soll man das denn fotografieren? Was ist das denn? Oh. Nein. Schnell. Haben wir es geschafft? Ja. Lebensfutter, ja. Auch wenn es ein Scheißfoto ist. Das wird ein gutes Foto. Hast du es geschafft? Hallo. Uah. 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 What the fuck? Wollen die mich jetzt? Komm, nein, bitte nicht. Ich mach jetzt mal nix. Komm. Nimm mit, Babyboy. Ach, die haben wahrscheinlich schon gegessen, oder? Nee. Gut gemacht. Der Volk ist jetzt erst nicht. Wo ist jetzt der Ausgang? Der Jagdkopf ist. Alter, die wollen mich. Die wollen mich. Oh. Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. Alter, geht weg. Komm hoch, komm hoch. Alter, was hat das denn? Ist zu. Ja, da guckst du jetzt blöd, ne? Unbelievable. So. Aber wieso hab ich denn jetzt nicht die Quest bekommen? Ich hab das doch fotografiert. So. Hallo? Alter, jetzt. Okay, die nächste Phase klingt etwas verrückt. Das ist sie auch. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unser Personal der Aufgabe gewachsen sind. Ja. Jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Was? Öffnen Sie das Tor des Geheges oder lassen Sie den Dinosaurier frei, damit er die Gäste? Ich glaube, das mit der neuen Insel verschieben wir auf die nächste Folge. Die haben das sofort geschnallt, ne? Uh-oh. Jetzt wird's lustig. Sofort geschnallt. 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 Oh, oh. Oh, oh, das sieht teuer aus. Sie sollten das bald reparieren. Ein Ranger-Team ist für solche Fälle ausgerüstet. Ähm, okay. Der andere bricht ein Ranger-Team. Ähm, ähm, ach, das Ranger-Team. Ranger-Team? Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Ähm. Ich versteh's nicht so ganz, was ich machen muss. Ein sabotiertes Gehege. Aber ich hab das nicht sabotiert. Das ist ja hier nur offen. Ich schließe es mal wieder. ACU-Sein. Sind die nämlich dann am Start? Ähm, toll. Ja, ja, kein Problem. Und so, der andere Kandidat, der hat sich hier... Anfrage bestätigt. Kann man das doch irgendwo nochmal angucken? Okay, wir haben einen Flüchtigen. Zeit für Finden und Binden. Wir verwenden nicht tödliche Waffen. Aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen. Aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Okay, Ranger-Station reparieren. Stürme können die Gebäude im Park beschädigen. Sind diese Schäden zu groß, funktionieren sie nicht mehr. Zäune können auch von Dinosauriern beschädigt werden. Ach, krass. Wählen Sie mit R eine Ranger-Station aus und nutzen Sie ein Ranger-Team, um manuell reparieren zu beginnen oder weisen Sie Reparaturaufträge an. Einige Reparaturen können Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, okay. Beschädigt? Nein. Beschädigt? Nein. Aber hier ist nichts beschädigt. Aha. Ah. So, wo sind sie denn hier? Hier hin? Da? Schon wieder? Ist ja wieder aufgewacht. Ähm, Tee. Ach, die machen gerade... Okay, ähm... Die machen das immer einzeln, ne? Mop... Ach, hier! Oh-oh. Ähm... Ähm, ähm, Ranger? Ranger-Team? Aufgabe hinzufügen. Reparieren. Reparieren nicht möglich. Warum? Oh! Nein! Nein! Ja, dann mach doch mal hin, ne? Was ist denn hier von Chaos ausgebrochen? Ranger-Team. An die R. Aufgabe hinzufügen. Reparieren. Weiterwegs. Ja, aber irgendwie... Guckt es dir nicht so? Okay, hier ist einer. Da ist noch... Der ist noch betäubt. Ach, es sind mehrere ausgebrochen. Okay. Okay. Okay, es ist alles wieder ein Lot. Die müssen sich nur mal ein bisschen beeilen hier. Okay, das ist jetzt interessant, das gut zu wissen. Zustellung wurde abgeschlossen. Ja. Dann, äh, gleich mal das nächste. Oh, jetzt muss man ernsthaft warten. Ähm. Entmondosaurus. Luis. Auch auf jeden Fall essen wir rein. Nichts, um Produkt einzusammeln. Nein. Nein. Er greift ja doch an. Nein! 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 Okay. Ähm. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Ich muss jetzt leider warten. Oh, ist die da. Aber kann der sich nicht wehren hier? Unser Hyano. Transportiere Brutto. Okay. Entweder brauche ich einen zweiten, ähm, zweites ACU-Zentrum. Aber das war ja jetzt... Ja, gut, im Notfall, ne? Die haben noch Butter. Aber das Ranger-Team? Kann doch töten, oder? Nee, kann es nicht. Scheiße, Mann. Okay, ich muss ein zweites ACU bauen. Das bringt nicht. Das bringt gerade gar nix. Ähm. Weil, bis die fertig sind, ist der Markt verlaufen. Das Ding ist, ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich viel Platz, ne? Naja. Unser Gewinn wird auch, äh, langsam minimiert. Produkt wurde transportiert. Sehr gut. Ach, da sind... Zwei? Ähm. Wo ist er denn hier? Da. Einverstanden. Sollen wir mal... Äh, betäuben. Sonst, äh... Gibt's... Transportieren. Den... Den hier... Wird den hier rein? Anfrage zur Produktabholung erhalten. Alter, denn... Das Fie-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot-Mot. Es geht mehr, aber... Okay. Okay. So, Cerato ist hier. Nein! Lass doch eine Baby so hoch! Bom! Ah, jetzt! Jetzt ist er da. Produkt wurde eingesammelt. Oh, oh! 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 Du hast produit unterwegs. Hach'sho? Habe ich denn das jetzt nochmal gemacht? Produktzustellung bestätigt. Produkt muss eingesammelt werden. Alter, was hier los ist. Ich versuche, zahl 844. Aber das mit dem fotografieren sie einen Dinosaurier, der jagt. Sturmabwehrstation ist verfließbar, okay. Grenz ist Potenzial für Profit, aber eben auch für Gewalt. Ja. Gut, der letzte wird jetzt auch abtransportiert. Zwei Tote. Ach nee, okay, einer nur noch. Ach, und der dritte wird jetzt hier reingesammelt, okay. Oh, war ja, ey. Also, das heißt, wir müssen auf der Map auch immer gucken, wo was beschädigt ist. Hier war jetzt der Zaun beschädigt. Warte mal. Ach, das gehört auch noch alles uns hier. Okay. Na gut, wir haben jetzt einen zweiten Arztbuchhelikopter. Sicher ist sicher. Ich sehe den Zentrum, habe ich jetzt nichts mehr geholt. Ah, doch, habe ich. So. Forschungszentrum. Immer nach null verfügbar. Okay, also müssen wir quasi die ganzen Aufgaben machen. Äh, die Missionen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Mission starten, schaffen zu müssen. Aber das habe ich doch schon. Wir brauchen neue Ideen, um unsere Gäste zu unterhalten. Den Wow-Faktor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Kann Seratosaurus nochmal, okay. Da haben wir jetzt auch nur eine Farbe, leider, ne? Das ist ein bisschen blöde. Soll ich mal ein bisschen Aggressivität reinmischen? Hier, Angriff. Aggressives Verhalten. Oh, was draußen wird. Betriebsgebäude. Oh, Sturmabwehrstation. Aber, ähm, jetzt weiß ich nicht so genau. Ist das jetzt... Diese Stürme, also, das stand ja nur in der zweiten... Auf der zweiten Insel geht das jetzt los. Bietet Gebäude in der Nähe Schutz vor Wetterschäden. Wunderschützung müsste aufgefüllt werden. Hier. Äh, Ranger-Team? Nein, keine West-Team. Haben wir hier... Also, ist dieses aktiviert hier auf der Karte mit diesem Wetterschutz? Also, Sturmschäden? Ich glaube nicht, ne? Aber es geht zum Glück jetzt wieder aufwärts. Also, die verzeihen einem relativ schnell die Fehler. Aber ich hab ja hier, ne? Da, einen Schutzraum. Okay, sehr gut. Einlassen. So, es sind jetzt vier Tiere im Gehege. Ich weiß nicht, wie die, wie die Tolli das finden. Aber guck, es ist schon zu viel. Was passiert, vielleicht fressen sie sich ja gegenseitig. Gute Arbeit. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. Sehr gut. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich, wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis. Stimmt's? Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was sie aus diesem Ort gemacht haben. Dankeschön. Mir gefällt, was ich sehe. Weiter so. Zufriedene Gäste, genau das will ich. Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. Und große Dinge. Die mit den Zähnen und den glasigen Augen, die es ihm ganzen verschlingen können. Oh. Dann kommen wir jetzt zu der Park. Oh. Der Dracorex ist jetzt verfügbar. Okay, ich verstehe jetzt langsam, wie das abläuft. Hey, gut gemacht. Unser Park macht unsere Gäste maximal glücklich. Und die Besucherzahlen spiegeln das wider. Darum ist jeder neidisch auf die Unterhaltungsabteilung. Wir liefern Ergebnisse, stimmt's? Wenn die Parks gut laufen, können wir hochwertigere Forschung betreiben. Das würde ich allerdings Isaac niemals ins Gesicht sagen. Ja, ich hab's gehört. Ähm, ich wollte gerade ergänzen. Nein, nein. Zu spät. Ich hab es gehört. Bis später, Doc. Uff. Uff. Alter, dieses Wort. Trizia Dracorex. Dracorex. Sehr, sehr, sehr geil. Das heißt, wir können jetzt endlich einen neuen Dino machen. Mein Gott, das hat aber jetzt auch gedauert. Und ich verstehe jetzt langsam, was man machen muss, damit man die ganzen Kacke freigeschaltet bekommt. Ähm. Man muss endlich, also diese Aufgaben halt erledigen. Okay, 0, 0, 0, 0. Kann auch nix machen. Och. Das hat aber jetzt echt gedauert, ne? Gut. Dann, ähm, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge den Dracorex. Beziehungsweise, es dauert es eigentlich noch ein bisschen, weil wir müssen ja nochmal das Genom ein bisschen erforschen. Wir brauchen Fossilien. Und dann, äh, schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge alles so... What? Deine Reise besteht eigentlich nur aus einigen kleinen, manchmal zufälligen und chaotischen Schritten. Und sie haben gerade einen Schreck gemacht. Ähm. Boys? Alter. Alter. What's going on here, man? Hä? War's das jetzt schon? Ach so. Noch eine Insel. Diese Insel war ein Land der Wunder und des Lebens. Unmöglichen, ursprünglichen, triebhaften, räuberischen, vorgeschichtlichen Lebens und Sterbens. Das Vermächtnis von Isla Nubla, nicht Hammonds Traum eines Jurassic Parks, sondern etwas viel Passenderes. Okay, das ist geil. Wir haben quasi Sandbox-Grad-File geschaltet auf der Insel. Keine Aufträge oder Missionen. Sie müssen weder auf Abteilungsruf noch auf Aufgaben Rücksicht nehmen. Behalten Sie Ihren Fortschritt. Verwenden Sie die Dinosaurier-Gebäude-Upgrades, die Sie auf den Las-Ginko-Muets freigeschaltet haben. Äh. Auf denen hier alle? Oder was? Okay. Ich bleibe jetzt erstmal noch hier. Für was habe ich das jetzt bekommen? Okay. Okay. Ich speichere mal. Das ist cool. Gut, dann muss ich ja quasi mein... Ne, die Bewertung nehme ich nicht zurück, dass ich, äh... Dass man hier einer strikten Story folgen muss. Muss man ja hier quasi. Was mit dem Sandbox? Gut. So, sie kommen zurück. Ich weiß gar nicht, wie der Drago-Dings aussieht. Ach, das hier. Oh. Oh, sehr hoch. Okay, ich bleibe jetzt mal extra schön. Und in 3a. Sehr schön. Gut. Dann danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also haut rein. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.